So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trackmania Nations Forever und ja, es wird mittlerweile zur Gewohnheit, ich habe mir wieder den Robert als Partner ausgesucht. Er darf auch gerne reden, wenn er möchte. Tröller, 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 tröller. Ne, ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil ich gerade zugucken muss. Ja, er muss einmal zugucken. Ja, das ist, du kannst, das ist doch nur einmal am Tag, diese 5, die du fahren darfst. Danach musst du einen zugucken. Ist nicht pro Spiele-Session. Das war, glaube ich mal, dass das pro Spiele-Session war. So, Hauptsache, ich newbe gerade hier richtig ordentlich rum. Die Map ist auch nicht einfach. Hauptsache, ich versuchte ich gerade einmal die hier finden. Ist das denn für eine Map? Manuell umschalten. Indem du draufdrückst. Und dann die... Worauf? Indem du unten auf automatisch draufklickst, bis da manuell steht. Manuell und dann... ...mit den Numpad-Tasten. Ah, Numpad-Tasten. Auf was wäre ich bei 9 bin? Weiß ich nicht. Gut. Du warst bei mir bisher immer auf der 8, also den Pfeil nach oben. Auf dem Numpad. Klasse, die 8 ist das hier. Ja, das hat sich gelohnt, diese Runde. Ich bin nicht einmal im Ziel gelandet. Hätte ich doch mal einmal durchfahren sollen. Ja, darfst du jetzt. Da muss man ja einfach nur für ein Spiel joinen. Naja. So. Die Runde war nicht so gut. Aber die Map war schön. Ja, toll. Das war scheißegal. Hauptsache, wir haben Spaß gehabt. Na. Hat dich Spaß... Oh. Das ist ein... Oh. Jetzt bin ich verarschen. Fertig. In diesem Beschleuniger, den du da vorne siehst, der ist entweder 100% oder 150% Beschleuniger. Das ist ein zufallsabhängiger Beschleuniger. Wenn da 100% steht, hast du nur 100% bekommen, obwohl 150% möglich sind. Ich glaube, das Orangen ist bestimmt... Also, das ist 3 Farben. Turbo 150. Ich fick dich. Dafür weiß ich nicht, in welche Richtung. Ich auch nicht, ich wäre von rechts. Okay, rechts ist falsch. Nee, rechts sieht gut aus. Rechts kann ich nicht empfehlen. Mit dem Ziel. Fuck, da war ich ja richtig. Du musst dann noch langfahren. Du musst... Diesen da oben rumfahren. Und dann... Und dann der dritte... Hä? Achso, ich bin links gefahren. Hä? Ja, eben. Ich kann sagen, rechts ist vollkommen falsch. Was labere ich denn hier mit? Rechte ist ja links, was ich hier fahre. Nein, Leute! Die Strecke ist recht simpel. Nur 100%. Schön, dass ich Vinylas immer noch nicht gesehen habe. Ey, wieso kriege ich denn hier keinen anderen... Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, weil der Map-Besteller das irgendwie umgestellt hat. Welches Ziel darf ich mir hier aussuchen? Ist scheißegal, Hauptsache 1. Lustiges, äh, lustiges Stück. Genau, I like it. Short und Fun. Nein. Ah, hat zumindest schon mal wieder verbessert. In der Zeit, ja. Ist natürlich lustig, dass hier dieser Toro, der entscheidet eigentlich schon, ob du gut bist. Ob das ist eine gute Runde für dich ist oder eine schlechte Runde, der erste. Weil wenn der nur 100 ist... Oh, boah, man. Äh, ich eckere jedes Mal an, egal, wenn der Pass der mir gibt. Äh, die Runde war eigentlich ganz gut. Schön ist, dass dieser Server einen Mod installiert hat, der dir unten anzeigt, wie viel Checkpoints du noch fahren musst. Das heißt, du hast... Ich weiß immer, wann du im Ziel landen würdest, wenn die Strecken länger wären, ist das immer ganz hilfreich. Cool! Ich gehe raus. Ja. Gut, die Zeit sind zu schnallen. Was lässt du uns einstellen? Wie kommen wir die dann spielen? So ein Single-Flayer? Ja. Na, ist ja schwul. So ist es. Äh. Boah, wie ich einfach hier jetzt mal auf der ich da lande, vollkommen wegfliegen. Nö, ich nie. Also, meistens nicht. Och, verdammt! Ich nehme gleich ein anderes Ziel. Oh, zu sehr gerundet. Ach, zu gerutscht. Noch 1,29. Nicht mehr viel Zeit. Ja, gut, dass ich auf Platz, äh, 13 bin. Aber ich bin erfolgreich heute. Hm, merk mal, merk ich auch. Vor allem du nur so 16, du so 16 Sekunden. Wie 16 Sekunden. Du hast so gebraucht. Ja, ich bin ja verscheißert. Da hab ich den Start nicht hin. Nee, schon wieder! Mann! Der Start ist auch simpel. Du hältst voll dagegen. Ich halte links gedrückt, sobald ich in die Kurve gehe. Ich fahre ein bisschen nach rechts und dann halte ich links gedrückt. Selbst im Sprung. Komm, ich rutsche ein bisschen rein in den Sprung. Und dann nehme ich dann den Turbo an. Aber ich muss ins Ziel kommen, Robert. Ich kann hier eindeutig besser stehen. Vom Rang her. Platz 6, bütze. Direkt hinter mir. Zweiter. So gehört sich das. 17 Sekunden. Das! So, eine kann ich, glaube ich, noch genau fahren. Ach, scheiße. Voll verkackt. Ja, ich auch. So, aber wenigstens Zweiter geworden. Und nicht Fünfter. 30 Hundertstel. Die Zeit war auf jeden Fall zu machen. Da bist du. Hallo. Strecke Beautiful. Ja, guck mal. Ganz hinten rechts. Zweite Reihe rechts stehe ich. Hast du auch ein silbernes Auto? Zweite Reihe, ne? Da ist ein schwarzer. Gelber. Gelbes. Also, ich habe zweite Reihe. Ganz rechts ein Deutschland-Auto. Da bist du einfach behindert und kannst mein Map-Pack hier nicht erkennen. Map-Pack. Mein Map-Pack. Mein. Dein Skin. Heißt das. Skin. S-K-I-N. Map-Pack, ey. Dieser Track heißt Banana-Lol 3 Version 2. Von Theory81995. Dürfen wir da rein? So. Boah, wenn man immer auf OK klicken muss da. Du kannst einfach den grünen Punkt draus machen, dann musst du nie wieder auf OK drücken. Okay. Hehehe, wie die alle falsch fahren. Ich fahre jetzt mal links. Hm, du musst direkt links runterspringen. Am Start, ne? Du hast mich rechts. Geht auch. Ich weiß. Ich kann jetzt in den Looping nicht reinkommen, ne? Ich auch nicht. Bin ich auch gerade zu lahm für. Boah, wie ich da angeeckt muss immer und dadurch nicht in den... Scheiß, gay, ey. Wie ich hier einfach nicht vernünftig lande gerade, ne? Ich schaffe es in den Looping. Am Anfang fuhren erstmal alle komplett falsch. Meine Güte, was... Ich bin nicht recht falsch gefahren. Doch, bin ich doch auch. Klar, bin ja... Oder? Bin ich falsch gefahren? Weiß ich kann nicht mehr. Toll. Ich hab... Ich hab fast in den Looping rumgeschafft. Ist schon ein Open im Züge gewesen. Ja. Ich krieg es nicht hin. Ich fick den Looping nicht. Ich komm noch nicht mal bis zum Looping, weil er mein Auto nicht richtig aufsetzt. Da, setzt doch vernünftig auf! Mann! Ja, und dann fehlt mir der Speed, wenn ich bremse. Und dann werde ich in den Propeller geschossen. So. Bitches. Scheiße. Ich bin umgekommen. Okay, oben... Wie kommt man denn da in die oberen Dinger rein? Welche oberen? Oberen Ziele. Es gibt da nicht nur ein Ziel. Screenshot safe. Das war nicht beabsichtigt. Screenshot safe. Ich hab trotzdem die Zeit verbessert. Aber... Ich möchte mal ins richtige Ziel fahren. Welchen Platz hast du? Den... Sechsten, siebten, siebten. Fick dich, ey. Was recht scheiße ist, weil ich das deutlich schneller kann. Wenn mich diese Strecke mal lassen würde! Einfach immer noch Leute ausfahren, ey. Ja, man kann ja auch gerade ausfahren. Ja, aber das ist langsamer. Deutlich? Geradeaus ist deutlich langsamer. Ja, für mich ist das schon mal ein Erfolg. Ich komm da oben nicht rein. Hallo? Hab ich auch verbessert, hab ich das nicht... Haha, geil. Nee, ne? Doch. Sechs Prozent. Ich hier ist von unten voll die ganze Baller, ey. Gegen die Wand da vorne, ne? Ja. Hab ich auch. Das hab ich eben die ganze Zeit gehabt, während du schon im Loop... dich über den Looping ausgoldest, weil ich falsch aufsetze. Ja, es ist eh vorbei. Ich mach ein bisschen auf dem Gras rum. Ficken. Schlechte Runde. Ganz schlechte Runde. Die Map ist aber auch kacke. Toll, ich schreib mich, äh, das für mich anfinde. Es ist toll, dass ihr immer noch Videos macht. Schön. Ich hätte gedacht, das hätten wir nicht... Der meinte, wir würden das nicht durchhalten. Minecraft. Opfer. Kannst du mal schreiben, willkommen im nächsten Videoprojekt. Ich versuch's gerade, aber da ich mein Steam auf dem zweiten Monitor ab, kann ich das gerade nicht öffnen mit dem Layer-Au-Tasten hier. Oh, gut, jetzt bin ich in der Freezone. Ja, bis, äh... Bis gleich. Ja. Der Part ist noch nicht zu Ende, aber wir... ...pausieren. Bis gleich. So, und da sind wir schon wieder. Der Robert hat gerade mal den fünften Platz gemacht, während ich ihm ins Ohr geschrien habe, wie er fahren muss. Hat er ganz gut gemacht. Muss ich ihn ja lassen. Fünfter Platz. Auf dem Server sind mittlerweile 19 Leute drauf. Ja. Nach der ersten Runde, nach dem ersten Durchgang. So, und da geht's auch schon weiter. Die Strecke hat eine Zeit von etwa 19 Sekunden. Ich hab schon gesehen, hier geht's direkt links rum, dann... Wow. Scharf rechts rum. Dann hier ein Jump in die rechte Kurve und dann ins Ziel, wenn ich das richtig sehe. Na, na. Oder muss man weiterfahren? Auf jeden Fall ist der Jump falsch. Ja, es ist noch nicht das Ziel, du musst noch weiterfahren. Na, wo lang? Auf jeden Fall erstmal weiter geradeaus durch den Checkpoint und dann hab ich noch einen Checkpoint, glaube ich, gerade gesehen. Ah, ich weiß, es ist links. Links raus aus der Strecke. Ja, aber nicht ins Ziel, oder? Doch, durchs Ziel durchfliegen? Ja, ja, aber dann... Ich hab noch nicht links danach. Wenn du dann ins Ziel fährst, kriegst du dafür eine Rundenzeit angezeigt. What? Nee, das war's noch nicht, Robert. Du musst noch einmal diese Haarenradeln fahren. Wißt du das? Du fährst... Ach, okay. Gut, ich dachte, du fährst direkt ins Ziel. So, jetzt geht mein Telefon, dafür hab ich jetzt keine Zeit. Können nicht jetzt mal alle. Der Haare, den wir machen. Wenn sie was wollen, sollen sie so kommen. So. Wie soll... Wie willst du denn sonst springen? Ich bin gleich im Ziel. Und das als Nummer 1. Du fliegst doch trotzdem erst das Ziel durch, oder? Ja, ja, klar, klar, klar. Und dann? Dann... ...flieg ich links raus. Dann fährst du da links raus, ne? Ja, und dann fahr ich diese Haarenradeln rum. Links rum oder rechts rum? Scheißegal. Links rum ist, glaub ich, besser. Ich bin, glaub ich, grad links rum reingefahren. Wie jetzt immer gegen diese Zielplattform dabei, da? Dann bist du zu langsam. Ja, du musst links rum in die Haarenradeln. Zeitlich verschlechtert. Das wär nicht mal im Ziel gewesen, ey. Jetzt hab ich auch die Zielplattform da mitgenommen. Ich muss den da oben kriegen. Sand, Nigel. Oder Nagel, je nachdem, wie man will. Nur noch Zweiter. Ich verkacke es da jedes Mal. Fick die Hände. Und jetzt sind wir als... Ja, Zweiter. Fuck, ich war zwischenseitig Erster. 500 Zill nur. Diese Strecke ist doch so einfach, Robert. Die musst du doch eigentlich schaffen. Soll wir löschen. Nein! Nein! Na, immerhin mal Zwölfter. Fick. 12 pro 100 Zill. Die muss ich doch hier reinkriegen. Ist doch nicht so schwer. Warum will ich denn mal mit dem Föderungsreifen an der Plattform hängenbleibe? Da musst du weiter von Link weiter links oben rüberspringen. Das höhere Ende nehmen vom Sprung. Verstehst? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Zweiter. Boah, hat der eine Zeit aufgelegt. Mama mia. Wie kann man das denn holen? Ich glaube, ich habe gar nicht mehr genug Zeit dafür. Boah, das würde ich auf jeden Fall sehen, wenn du das hier so schnell fährst. Nein! Ich war Erster. Nein! Ja, gut. Ich vergrabe mal Zeit. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Was ist das mit dem Part? Ich weiß es noch gar nicht. Lass mal eine spielen. Ja, ich kann es nicht mehr. Du kannst es nicht mehr. Gut, dann beenden wir an der Stelle den Part. Das sollte dann auch, glaube ich, reichen. Wenn nicht, es gibt ja noch genug Teufel in der Parts, die ihr euch anschauen könnt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und reingehauen und wieder schauen. Tschüss!